Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde LOL. Bei mir sind der Niklas, hallo. Hi. Und der Mario. Hi. Genau. Ja. Ja, wir spielen heute mal eine gepflegte Runde LOL. Es wird ziemlich witzig werden. Genau. Denke ich. In der Tat. In der Tat. In der Tat. So, Niklas wollte noch irgendwas sagen und ich habe ihm eiskalt dazwischengeredet. Sorry. Ähm, ja. Wir spielen heute Ribbon auf der Top-Lane, Blitzcrank, als, falls ihr ihn noch nicht kennt, Mario, Bot und Mr. Swiss Zocker geht in den Jungle. Jo. Dann haben wir noch zwei Randoms dabei. Genau. Also ich spiele als Ramus und am meisten, wir spielen auf der Purple Side. Das mache ich doch gar nicht. Ja, ich hasse das auch. Egal. Dann rolle ich halt einfach mal kurz zur Top-Lane, wenn irgendwas ist. Und... Wird, glaube ich, nicht nötig sein gegen den Xen. Okay. Der drückt zwar am Anfang ziemlich viel Damage, aber... Laden bei euch die linken zwei auch nicht? Die Soraka ist da. Die ist da, aber dieser David Jind 1000 nicht. Jo. Ihr sagt mal, wenn ihr im Spiel seid, ne? Weil ich glaube, ich habe hier einen Bug, weil mir ist vorhin das Spiel auch schon zweimal abgekackt. Bei mir sind gerade alle bei 100%. Bei mir ist... Bei mir ist diejenige, die ich sehe auch. Außer halt ganz links, der... Bei mir ist Manu nicht bei 100%, die Soraka nicht bei 100%... So, jetzt hat's gestartet. Und in-game. Boah, what? Ich bin noch nicht in-game. Du fällst. Fuck. Sag's, please? Ey, was ein Scherz. Oh, warte, ich muss mal kurz das Roll-Hin-Lane drin. So, sag nochmal was. Also, bei mir ist jetzt kurz ein Cut. Okay, dann läuft bei mir weiter. Hä, was ist denn hier los? Ihr seid schon in-game. Ja. Hä? Und die C oder so? Alter, nee. Äh, anderen Jungle ist Rengar. Ich hoffe ja mal, dass der mich nicht countert, ne? Ich hasse das Vieh. So, du weißt, was ich jetzt machen werde? Du wirst ihn nicht grappen. Das weiß ich. Alter, ich kann nichts machen. Ja, sind Rater. Äh, Michael York ist zurück im Spiel. Oh, ich, 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 ich... Take care to Xin und Rengar. Ich glaube, ich muss mal neu starten. Ja, ich muss neu starten. Ja, wir müssen auf Xin und Rengar aufpassen. Also, wenn Xin auf der Top-Lane gewinnt, dann ist Kack am Dampfen. Ja. Aber hart. Dann ist Kack am Überkochen. Warte, stell dich mal hin. Ich steh die ganze Zeit. Das ist jetzt doof. Ich seh, wegen der FPS-Zahl, seh ich die Uhrzahl, also die Zeit, wie lange wir im Spiel sind, nicht. Du bist zurück im Spiel. Oh, ja, okay. Mario, nimmst du eigentlich auch auf? So, jetzt bin ich auch da. Oh, ja, 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 ist der... der Sound ist so laut, so laut, so laut, so laut, so laut. Ja, ich hab schon alles hergestellt. Audio. Oh, das ist fast. Ich hoffe, ihr seid nicht zu laut bei mir. Das ist richtig scheiße. Soll ich schickst das Ganze nur bei Niklas zu sehen. So, jetzt geht's dann gleich los. Flash, pull, okay. Flash über die Wand, pull. What? What? What laberst du? Naja, weißt du, was ich meine? Ne. Fast, danke. Boah, fuck, alter, ich bin... Ich bin... ich krieg jetzt... Stimmt, Tomate. Ja, die ersten Minions krieg ich vielleicht noch. Ja, gut, das war natürlich nicht schon mal ein Scheißanfang, ne, aber ich meine, was soll man tun? Ja, gegen LOL-Bugs sind wir ziemlich machtlos. Ähm, das find ich ja auch so geil, ne? EU-West ist irgendwie für'n Popo. Ne? Ja, ist so, wenn irgendwelche Server abschmieren, dann sind das nur unsere, die EU-West-Server. Ja, es ist so, es ist so. Die amerikanischen, ne, die laufen. Ja, Dexin, Dexin ist einfach nicht da. Dexin ist einfach nicht da. Jo, dann, dann farm, bis der Arzt kommt. Ah doch, Ari. Ja, farm, bis der Arzt kommt. Oh mein Gott, farm, bis der Arzt kommt. Ja, wenn... wenn der nicht da ist, dann Pech. Ähm... Ach, das ist so Racker. Hol ran. Ich... Na, 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 ich lass mich hier nicht vom Red Buffs die Fresse verkopfen. Echt nicht? Ne. Heute nicht. Langweiler. Ja, und, ähm, für die LOL-Profis unter euch, regt euch nicht auf. Ich bin ein Noob. Ich weiß. Reportet. Yay. Einfach mal für die Feststellung, ne? Ja, klar. So. Oh! Ich krieg Tower jetzt ab. Ne, wieso krieg... Und steh nicht so weit vorne. Wieso nicht? Alter, ich kann einfach kein Damage am Tower machen. Lord. Ich bin einfach zu... zu unfähig, Damage am Tower zu machen. Boah, da ist er! So richtig unnötiger Lappen ist das. Und ich kenn ja die neuen Items nicht. Also hier, das Federkleid. Hab ich noch nie durchgelesen. Der ist richtig stark. Ich kaufe einfach immer nur hier dem vorhene Items. Irgendwie verloren. Dann... Dann mach das mal. Failed! Immer die Surrendums. Aus dem Weg. Alter, wie der Xen einfach nur bei sich am Tower steht richtig langweilig. Wir haben ne Ash mit fünf Pods und ne Ward. Ach du Scheiße. Fünf Pods und ne Ward, Ash. Ja, viel Spaß, Freunde. Warte mal. Ja, guck mal Woblin. Guck dir das an. Ja, Jungs, übrigens, der Link zu den beiden anderen ist in der Videobeschreibung. Jo, bei mir ebenfalls. Von Mario krieg ich danach sicher noch den Link. Ja, gleich. Ja, ja, hat er Zeit bis nach dem Spiel. Schon bevor, er disconnectet jetzt einfach und macht dann... Ja, sein Pech, ne? Kriegt er halt keine Werbung. Ja, zum Glück hatte ich ihn noch nie in DC, ne? Er ist wirklich der Einzige, der kein DC hatte, ne? Jo, also, ja, DC. Bei mir ist einfach der Kleine abgekackt. Ja, sag ich ja. Ja, und so farme ich immer. Was, du? Ich mach einfach gar nichts, ne? Ich krieg's grad nicht hin, äh, zu farmen, obwohl ich einfach mal ein Level-3er-Sin auf meiner Lane hab. Jo, sind wir schon mal zu zweit. Ach, sag mir das mit der Level-2-Ash. Wett? LoL. Ich hab gleich Ult und er ist noch immer Level-3. Weil, wenn ich etwas nicht kann, ist es Farmen, deshalb geh ich immer in den Jungle. Bin zu dumm dafür. Irgendwie. Warte mal. Warte. Nein! Ja, red kurz aus, rade. Ja? Nein, 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 lass mich... Wie findet ihr eigentlich die neue Soraka? Fuck! Alter, der Renga ist richtig okay, ne? Shit. Ja, ja, ich dachte, er soll uns vor dem in acht nehmen. Alter. Ich wär fast weggekommen, aber... Äh, Bluebar... Nein, er muss natürlich bis zum Ende catchen. So, komm. Stirbtomate. Ja, so kann man's auch nennen. Stirbtomate, wo lebst du? In der Schweiz. Das kann man auch unschwer deinem Namen erkennen. Hä? Watt? Echt? Ich dachte, das heißt Österreich. Na? Oh. Mr. Österreichzocker. Na, Mr. Austriazocker. Ah, nee, komm. Boah, die Veine ist so wohl. Mr. Österreichzocker hört sich cooler an. Nee, ich nicht. Ja? Finde ich super. Ich hab zu früh gerollt, das ist... Ja, dumm. Ich seh jetzt schon die Flame-Kommentare. Öh, voll Noob und so. Ja, dann haben sie ja damit recht, ne? Ja, das... Das ist ja das Problem, damit haben sie dann ja recht. Ja, hab ich auch selbst gesagt. Ja. Du wirst nur geclariert. Back to bronze. Nooo. Ja. Nein, ich roll jetzt nicht rein. Nein, das ist nicht Luck, das ist einfach Rengar. Ja, das ist einfach Rengar ist einfach OP. Das ist einfach Rengar, aber das gibt's keine andere Erklärung. Ja, ist an dem Champ OP. Äh, Botlane, da kommt Rengar zu. Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Äh, ich versuch, zu euch runterzurennen. Ja. Rengar noch durch die Top-Tower gleich da, wenn der Xen jetzt nicht unpassend kommt. Nein, 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 nein. Fuh! Aber so wie ich den kenne... Achso, du bist gebuff. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner zu mir. Mich besuchen. Ich mag solchen Besuch nicht so. Also, gehst du jetzt mal drauf, Alter? Dö. Komm, Alter, der Rengar kommt gleich. Und jetzt hab ich Ulti. Geil. Ja, ich hab den Tower, der Tower Storm von mir. GG, dann geh ich gleich mal Milane helfen. Nee, so passt du ja noch nicht. Und nachher... Boah, seht ihr jetzt diesen Skill, Alter. Gleich kommt wieder der Flame. Was? Gleich kommt wieder der Flame, jetzt stirbt sie wieder. Wow, sie lebt. Amazing. She's alive. Boah. So, jetzt hole ich mir noch etwas. Just run away, just run away from that. Oh, nein, ich... Oh, nein, die läuft. Ey, pass auf dir, unser Red, unser Red, da ist Katexin hingegangen. Ja, schlag hin. Okay. Ich weib dich. Das weiß keiner. Ja, aber er ist grad in die Richtung gegangen. Nee, ich hab leider kein Wort mehr. Ja, er ist jetzt auch wieder top, ne? Vielleicht muss man sie jetzt zweimal schreiben, bis sie liest. Wer weiß. Boah. So, warte mal. Jetzt, 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 ne? Jetzt, gibt's auf, auf der Fresse. Mit der großen Coiler. Manu, weißt du noch, wie, wie wir das Duel gemacht haben, was einfach mal gefühlt eine Stunde lang war? Ich sterb, Tomate! Und wir einfach nicht wussten, was wir machen sollen. Nein. In MTA. Achso, ja. Das war so richtig unnötig. Ich glaube, ich hab mich unbeliebt gemacht bei deinen Abonnenten. Nö, nö. Denk ich nicht. Ähm. Oh mein Gott. Wenn ihr Bot pingt, dann denk ich immer, dass ich Bot kommen soll, ne? Ich mach noch kurz die Wölfe platt und dann komm ich mal zu euch. Ja, ja, mach das ruhig. Bei uns brauchst du nicht ganken. Okay. Ah, bei uns, bei, hä, lol, was ist denn hier los, Alter, was ist denn das? Oh, ich dachte schon, der an Blue wäre ab. Ich geh jetzt nicht mehr auf Bot lane, äh, Top lane, das ist richtig langweilig da. Der Xen ist mir zu Noobie. Einfach nicht, dass der uns dann die Top lane reinreißt, ne? Kampf wäre ein besserer Glück. Der rein, der reißt uns einen Scheißdreck ein, der kann nicht mal farmen. Okay. Ja, geil. Ich hab ne zwei Farmen wie Portney. Der hat 15 Farmen. Lo, glaub ich ja sogar mehr. Ja, genau, das ist ja das. Kaputt. Hey, ich kann nichts machen, weil der Xen einfach zu unfähig ist zu pushen. Der macht gefühlt genauso viel Damage wie die Pods. Es sollt noch nicht back gehen. Die Vayne ist so wohl, ne? Hat einer gerade Bot geguckt, zum Beispiel? Nee. Oh, oh, oh. Oh, Mitte, Mitte, Mitte. Counter-Gang. Bitch. Das war so toll, ne? Wir haben, äh, die Soraka gekillt und direkt danach macht Vayne ult an und springt einfach nur einmal gegen Ash hinterher. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Ich würde sagen, läuft mal hier. Alles gut, alles gut. Leben kriegt nämlich nie, ihr Schwein. Ich glaube, er hat's gerade ulti gemacht. Das mag ich nicht. Weit ich nicht. Oder er hat sich verpisst. Das zweite wäre mir eindeutig lieber. Die Ash hat nur 40. Scheiße. Nein, ich brauche noch ein Minion mehr. Dann bin ich Level 9. Oder 2. Oh, ich bin so kurz voll Level 9. Ja, jetzt flamet die Cinder natürlich mich. Immer der Bot, immer der, der... Böse, böse, ähm... Jungler ist der Neger. Sorry. Das stimmt, das stimmt einfach. Es wird immer der, immer der Jungler geflamed. Immer. Nein, ich habe nichts gegen... Ähm... Pigmentierte. Richtig. Äh... Lord, ich wusste gar nicht, wo mein... Ja, genau, eins gegen eins, der Supporter. Warum spielst... Koch, warum spielst du nicht AD? AD ist richtig geil. Ja, Bootscrank oder was? AD, Bitchcrank. Ja, Bootscrank, kennst du das nicht von, äh, wie heißt er? Hand of Blood. Hand of Blood. Ich bin oben, ich kriegste dich. Bootschön von oben durchgezogen. Hier ist ja auch noch Werbung für Leute machen, die einfach mal dreifach so groß sind, wie wir alle zusammen. Ich kenne dich. Die... What? Du kennst Hand of Blood nicht? Nope. Komm. Den, den muss man sich gönnen, der ist einfach, der ist einfach... Der hat so einen Schaden. Oh, ich komme Botlane, ich komme Botlane. Gut, dann muss ich es nicht mehr machen. Ach, komm. Ist die... Come on, guys. Entschuldigung. Ich will... Oh, da ist ein... What? I'm on my way. Das Wort wird ge... Oh! I'm on my way. Ich kann nichts machen. They see me rollin. They hate it. Ich bin oben. Oh, er hat Ult gezündet. Was ist holler? Warte. Was für ein Lappen. Was für ein Lappen, wo ist der hin? Wollen wir rein? Ich seh den nicht, den... Oh man, ich hab extra für den Rangel geslashed. Komm, den gehen noch aufbleiben. Gehen wir mit lane. Äh, und Xen ist top lane, ne? Da reißt er gleich was ein. Ja, ja, krieg ich sofort hin. Auf dem Spaziergang dahin sollten wir die aber noch breit schlagen. Ja, ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kein Problem. Dum 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 dum. Rum brum 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 brum. Alter, irgend so ein Drecks Minion ist mir im Weg gestanden. Da, I'm a fucker. So easy macht man das. Der Xen pusht nicht, nö. Guck mal. Alter, guck dir doch den Xen an. Der hat den Tower noch nicht angerührt. Der pusht den Tower hat doch nicht Eitelbatch gemacht. Oh, ich soll das schleunigst im Blu-Raf tun. Vielleicht ich muss Eitelbatch in ja auch. Roll out. Roll out. Kommen Sie her, kommen Sie her, mein lieber Xen. Ich will nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Der will. Ich glaube, der Xen will. Der Xen hat gerade ausdrücklich gesagt, er will sterben. Noch ausdrücklicher. Also noch mehr lasse ich mich nicht bitten, ihn zu killen. Noch mehr als die Vayne. Nope. Komm, stirb, 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 stirb. Ist die Vayne da jetzt alleine reingerannt? Wollen wir ja echt so geile Teammates, ne? Ja, ich habe jetzt gerade Ulti gemacht. Ich habe mich irgendwie verdrückt. Pain. Ich habe mir unseren Retna. Aber zu, ein Quatsch. Ist okay, ne? Was? Ein Pinkwort. Genau. Boah, ich liebe es, mit Riven Toplane zu spielen. Ne, die ist einfach richtig geil. Muss ich einfach mal sagen. Die ist einfach richtig geil. Und ich liebe Ramos. Das ist mein absoluter Lieblingschampion. Weil du einfach übelst Tanki bauen kannst. Ja, ich kann Tanki bauen wie so ein behinderter Mongo. Und fick einfach alles. Alter. Alter, wir haben es gehört. Please, just... Oha? Aha. Ich komme da nicht drauf klar. Diese Aussage. Hier ist irgendwo so ein Rengar-Typ rumgelatscht. Ja, ich glaube... Komm, komm, komm. Komm, putt, 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 putt. Ich habe Healpods vergessen. Report me. Ich habe Healpods vergessen. Leute, wir bräuchten hier vielleicht Verstärkung. Ich hätte hier welche droppen können. Aber das geht ja leider nicht mehr. Oh, die Range ist zu kurz. Oh, das tut mir aber leid. Siehst du, sie wirft den komischen Ball auf mich. Der Ball bleibt direkt vor meiner Nase stehen. Den komischen Ball auf mich. Den kann man jetzt falsch verstehen, ne? Ich hoffe, das weißt du. Ne. Oh. Ey, komm, rein. Au. I see me rolling. Ja. Aber sowas von. Ich will auch mal ein Kill. Ach, kriegst du dich. Unnötig. Hey. 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 Go. Die. Ja, los. Dann, du musst aber tanken, ne? Ich habe noch nicht so viel Leben, ne? Ja, juckt mich doch nicht. Du musst trotzdem tanken, wenn ich das sage. Nein. Nein. Warte, jetzt habe ich gerade meine Rolldingen auf Cooldown. Dive. Ja, sobald ich wieder rollen kann. Also rein. Let's go. Du musst die Dinge, äh, hier. Deine Dinge sind jetzt immer wieder. They see me rolling. Wollt gerade Mitte kommen. Was ist das denn? Nanananananananan. Ooooooh. Fuck. Er ist da Spotlane. Mist. Das war knapp. Ich komme. Es war knapp. Das muss man sagen. Nicht knapp genug. Du guck ein. Du guck ein. Geht nicht. Ja, ein Tor. Ich will mal anmerken, mein erster Tod. Nach 17 Minuten. Boah. Bin da gar nicht gestorben. Ja, normalerweise bin ich jetzt schon etwa 40 Mal gestorben. Da, Lengar. Rengo, hey Rengo, wie geht's dir denn? Warte, warte, ich komme rein. That's what she said. Ah, fuu! Ich hab meinen Roll direkt... Och, komm, so ein Hut muss sitzen hier! Rind, ich wollte dich nur mal darauf aufmerksam machen, dass du relativ wenig Leben hast! Was? Ist was? Ja, du hast relativ wenig Leben. Ich feier das hier übel, die machen eigentlich... Oh, komm, komm, er stank nicht. Ey, komm, jetzt hoff doch mal jemanden! Sei mal nützlich hier! Mach mal was! Mach mal was für dein Geld! Das alles, was ich wollte. Welches Geld? Ja, eben. Ja, ich geh mal kurz... Oh! Da! Rengi, bengi, bengi, bengi! Kommt schon! Das war... Ah, die scheiß Dreckswölfe, Alter! Geht kacken! Euer Ernst. Geht kacken! Euer Ernst. Oh, diese Xen- Ja, komm, 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 komm! Diese Xen-Ult! Und? Double Kill! Double Kill kriegt er ihn! Er kriegt den Double Kill an! No, 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 no! Die Blaze! Die Blaze! Yes! Ich will meine Articare rafen, aber ich kann nicht! Ja, los, komm rein, komm! Wir kriegen die KD-A, komm! Rengi ist tot! Und ich hab eigentlich übel viel ausgehört. Ich hab nicht gedacht, dass ich den noch krieg. Kann ich's machen! Wenn ich gesagt möchte, ich auch nicht. Okay. Nein! Oh, die Blaze! Oh, guckt euch mein Leben an! Ja, genau, ich mach jetzt in Daylight noch Dragon, genau. Das ist das allerletzte, was... Oh, die Ulti! Die Ulti! Ich war grad im Shop! Ich war grad im Shop! Die Ulti ist so lang! Holy shit, Alter! Wie viel Pech muss man haben! Holy shit! Der wird sich jetzt auch in den Arsch beißen und denken, Nein! Ja, Ulti verballert, weil wir dafür gar nichts! Oh, hier steht ein Wort! Mach mal mal kurz! Ein Wacht! Dein Wort! Dein Blank! Okay, das Game dauert jetzt schon 20 Minuten. Jo. What group'n überhaupt? Ey, wir sind einfach behindert. Das musst du mal dazu rechnen. Maximal behindert. Ja, ich sag dir, wer behindert ist, der Farm vom Zinn. Der wird da doch gar keinen! Sag ich doch! Ja, wo ist der dann? Wie kann der da behindert sein? Please! Kills, 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 kills! Abstabben will! Wenn er schattert, kann der auch nicht behindert sein! Oh, ich hätte 3. Alter, ich hab mehr Damage als die... Ich hab mehr Damage als unser AD Carry. Komm, wir drinnen auf! Sinnvoll! Oh, da steht ein Turret. Komm, komm hier! Da! Oh, nicht! Just get over here! Hey, 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 hey! Hey, hey! Hey, hey! Boss! Bitch! Nein! Ich krieg dich noch, ich krieg dich! Boss! Komm schon! Wie geil das ist! Oh, 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 ich soll mich verziehen! Ich soll mich jetzt echt verziehen! Tschüss! Nein, nein, nein! Lasst mich alle in Ruhe! So, jetzt könnt ihr mir von... Jetzt könnt ihr mir gerne wieder ein bisschen Damage machen! Autobots, roll out! Komm! Hol, hol ihn! Hook ihn, hook sie! Hooks! Oh! Nichts, ich will! Was? Alter! Rito! Rito! Hoch! Nein, 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 nein! Hoch, wie lange ich gestand war! Fuck! Sind drei! Ich hab gepullt und die schmeißen mir einen Minion in den Pull! Hast du das gesehen? Das war ja mal wieder super! Oh! War richtig sinnvoll! Habe ich noch kurz Zeit, um mir einen Blue zu gunnen? Nein. Ja, hast du doch, hast du. Ich komm jetzt eh wieder und ich regel eh, komm hier. Ich hab noch Flash und alles und alles, was das jetzt begehrt. Hey, ich meine, was willst du tun, ne? He plays. Hast du das gesehen? Wie wenig Damage machen die denn? Ich hab den Rangar, als er auf mich gesprungen ist, hochgenockt und ihn sind gesilenced und weggeflasht. Das war mal geil. Oh, hammergeil, Alter. Ich roll mal rein, ne? Ja, los, roll rein! Oh, die Minions! Kann ich? Jo, ich kann. Nein! Nein, 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 nein! Ich geh jetzt eisbohren. Die, motherfucker! Nein, 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 nein! Ich hab den gekriegt! Oh, oh! Oh, Quadra-Kit! Oh, oh, oh! Komm schon, komm schon! Penta, Penta! Oder... Ne, ist doch... Ist doch... Ja, lol, ist doch kein Penta-Kit. Egal. Sag alles. Hey, 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 Penta! Hey, wer seid ihr wieder? Bekloppt! Hahaha! Hehehe! Hehehe! Weisstere, ich hab jetzt den Blue Buff bekommen, ne? Ich würd sagen, läuft. Ach, fuu, ich hab einen nicht mehr schießen weg! Hehehehe! Den hol ich mir mal, ne? Ich geh mal top lane! Ich geh mal top lane! Ich geh mal top lane! Ja, von mir aus bekommst doch du den. Ach, du, 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 du. zum kürzeln der drucken wurde das ist ein wer der jahre in der halbe die machen ich kann nicht fahren ich weiß es komme ich ich kaufe mir jetzt einfach die laden ich werde sterben werden alle sterben ich kaufe jetzt einfach full ad das ist der größte scheiß was man machen kann aber ich meine wofür spielen wir bitteschön lol um spaß zu haben oder nônonononononononononononono nicht mit mir freunde eikon räumma rein räumma rein und halb leben räume ein er hat jetzt auf gehangen muss ich bin nicht aufnehmen die feste es sind noch keine hongards sag mal wo sind wir eigentlich nein 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 leben regt die mich nicht jetzt nehmen wir auf komm, jetzt komm BEST CRAB EVER Du bist der beste Blitzcrack, den ich je gesehen hab, ne? Alter, mit Crash geht der übelst ab und da kommt sowas mit Blitzcrack, alter. Er ist fast derselbe Chap, aber... Die Hooks! Oh, die Hooks! Und mein Kill. Und? Au! Ich krieg die auch fressen. Nein, komm her! Komm, wir nehmen Fahrt auf. Ja, ich weiß, dass wir Fahrt aufnehmen, nur... Sinn von hinten! Ich komm da irgendwie nicht dran! Er hat da hinten gesagt, komm, Xen! Oh, Xen! Ich geh auf! Ja, der Xen ist geil! Ey, komm, Xen! Komm, Xen, komm, Xen! Hi! Ah, man! Du musst ihn doch nicht... Und er ultit sich mit seiner Ult! Oh, Rito! Ich dachte, er heißt Mario, nicht Rito. Ja, nein, Rito ist ja... Alles ganz knapp dran! Hey! 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 Nein! Davon will ich eine Slow-Mo! Au! Von dem Geräusch! Von was? Von welchem Geräusch? Von dem... Wen hat, äh... Ash hat gerade gerandom-healed? Verge... Hey! Hey! Ah, wenn ich treffen könnte, man! Ah! Ah, da war auch... Au! 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 Na, 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 na! Oh mein... Nein, na, 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 na! Nicht heute! Komm, freil dich! Ihr fickt mich nicht! Aber ich krieg die Ernst! Ja, hau ihr die Hucke voll! Oh! Komm her, komm her! Die... Get over here! Meins! Meins, 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 meins! Meins! Genau! Hab ich gerade auch dran gedacht! Zwei dumme, ein Gedanke, ne? Wann kommt... Ist jetzt nicht dein Ernst? Oh, Mann! Komm, wir machen Dragon! Wir haben noch einen! Komm, wir machen Dragon! Wir machen Dragon! Ich mach Blue! Wenn er dann da ist! In 30 Sekunden! Ne, ich hab eigentlich keinen Bock, jetzt Dragon zu machen! Ich hoffe ja echt, dass die Sound-Quali stimmt, ne? Dass ich nicht wieder zu Hause bin! Ja, ich auch! Dass es richtig scheiße wird! Ich hatte auch schon richtig geile Games und die werden einfach nicht genommen! Hey, du musst den tanken, du Lappen! Ich? Ja, du Lappen! You lose the Line, äh... What? Ja, Überfilling! Hey, könnt ihr mal in den Mittekont? Alter, bist du gescheuert? Oh! Nein! Rengo, komm! Huck Rengo! Huck Rengo! Huck diesen Rengo! Hab den Blubuff gehuckt. Ist jetzt nicht dein Ernst. Aber so richtig. Schwerbehindert. Yeah! Also dass er behindert ist? Also... Wir sollten die Bot-Lane und die Top-Lane deafen. What? Was war denn das? Ich meine... Ja, Top-Lane... Ich geh da schon hin, keine Angst. Top-Lane wollen wir auch noch deafen? Oder... heute nicht? Nö, nö, die lassen wir einfach... Oh, da ist ja der... Da ist ja ein Free-Kill auf der Top-Lane! Die Ari kriegt jetzt meine Handschuhe. Ne, sie kriegen Panzer-Ings-Gesicht. Nö, nö, nö. Mal schauen, wer schneller ist. Boah, ich hab noch keine Homeguards. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Nope, nope. Noch keine Homeguards. Wo sind wir hier? Hey, das ist mein Fun. Ja. Mein Homeguards ist mein Kuh. Ich bin Top-Lane. Du hast... Du hast du Homeguards-Boots und Q. Das ist nämlich richtig geil. Dann bin ich so richtig, äh... Ferrari-mäßig so. Neeeep. Mit der Karim ist das noch geiler, ne? Ich nehm mir den, ne? Ist ja okay. Ah, okay. Ist nicht sein Erd! Nein, 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 ich mach Damage. Du bist nicht so richtig. Loll... Da verspielt mein Blitzcrank, Leute. Plötzlich geht mein FPS von 30 auf 60 hoch. So, weiß ich kein Mensch. Ich hab die ganze Zeit durchgegen die 60. Achtung for the win, immer 60 FPS. Jetzt ist mir hier auch noch bisschen Werbung machen für... Medion ist alles wichtig, ne? Ja, Medion ist der geilste PC-Hersteller, alter. Es ist einfach so, ne? Auch wenn man's eigentlich nicht sagen soll, ne? Komm schon! Die Ash haben. Also, ich würd sagen, der Midland Tower ist down. Are you mad, bros? Ja. Fuckin' nix. Nein, 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 nein! Mach mal hier! Zu viel damage! Guck sie, guck dir die an! What? Die will Stress, die kriegt Stress. Zu viel damage! Oh! Oh! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich möchte im Alltag bleiben, ne? Ja, aber ihr kriegt das ohne mich da gar nicht hin! Ich kriegt das ohne mich da gar nicht gebacken! Jep. Oh, Manuel, leider doch. Okay, dann, äh, würde ich sagen, kaufe ich mir jetzt noch Riesenschwert. Oh, ne! Hö, hö, ich hab bereits ein Riesenschwert. Hö, hö, hö. Sorry, der muss es sein. Wollt ihr einen Juke sehen? Oh, geht nicht. Nein, du jukest nämlich nicht. Nein, du jukest nämlich nicht. Äh, putzen muss. Ja, los, komm, juk, juk! Oh, dieser Flash! Dieser legitäre Flash! Über die Wall! Und jetzt geht sie wieder rein! Was für ein Lappen! Ich komme, ne, ich brauch zwei Freekills. Ich will... Nein! Jetzt lasst sie doch in Ruhe! Die killt euch fünf doch alle zusammen! Oh, Renga, geh weg! Rengo! Wie geht's? Wie steht's bei dir? Oh! Regloss hat Spaß! So! Ja, ich hab Spaß mit dem! Ich hab richtig viel Spaß mit dem! Okay! Und Double Kill, komm, krieg ich mich mit! Ich soll's immer noch auf Englisch umstellen, ist irgendwie geiler! Ich hab's auch auf, äh, Deutsch! Wie kann man's auf Deutsch haben, Alter? Das hört sich so schlimm an! Yes, it's blue! Fünffach-Tötung! Sag doch mal einfach Pentakill! You mad! Doppeltötung! Ass! Hey, jetzt endlich ist... Es waren nur so wenige von denen da, ist ja ein Witz! No! Oh! Ja, geil! GG! Freut mich! Der Hook aus dem Raid hat's gebracht! Ja, wo läuft's? Ja, das... Das war ein erfolgreiches Spiel, würde ich sagen, ne? Ja! 17... Ne, 18... 18-1! Also, ich würd' sagen, meine Stats waren nicht so legendär, waren alle voll schlecht! Ich seh meine nicht, weil das Gewonnen-Zeichen so übersteht! Du stehst 1-4-15! Du hast mal wieder am meisten gefeatet! Und der Syndra! Und der Vayne! Ich hab am meisten geholfen, Alter! Immer diese Randoms! Jaja! Okay! Dann überlasse ich Manuel das Schlusswort! Jo, äh, das war eine erfolgreiche Aufnahme! Danke fürs Zuschauen! Und, äh, Links in der Beschreibung! Bis zum nächsten Mal! Tüdelü! Ciao!